Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe hier oben drei Zahnlücken. Hier, hier und hier. Und letztens habe ich mich gefragt, passt eine 2-Euro-Münze in einer meiner Zahnlücken? Diese Frage möchte ich mir jetzt selber beantworten. Ich habe hier eine 2-Euro-Münze und mit der werde ich es jetzt ausprobieren. Ich fange mal mit dieser Zahnlücke an. Ich hoffe, man kann das alles sehen. So, in diese Zahnlücke passt es schon mal nicht rein. Jetzt mache ich mit der hier weiter. Da passt es auch nicht rein. Und zum Schluss die hier. Ja, da fasche ich rein. Ja, da fasche ich rein. So, das war es jetzt auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video unterhalten. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch. Ah! Buh! Buh!